Erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf sich. Dritte Station. Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuz. Vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter. Fünfte Station. Simon von Zirene hilft Jesus das Kreuz tragen. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Siebte Station. Jesus fällt das zweite Mal unter dem Kreuz. Achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Neunte Station. Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuz. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Dreizehnte Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in die Arme seiner Mutter gelegt. Vierzehnte Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlost. Dein Heils